Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem neuen Video mit Mach dieses Buch fertig und auch mit der Liste. Ich habe dir ja letztes Mal geschrieben, 6 Punkte. Kathi hat ja mit Punkt 3 schon angefangen. In ihrem Kalender hat sie ja schon mit einer Fanseite oder mit einem Aufruf zu einer Fanseite gestartet. Schaut auf jeden Fall bei ihrem Video dazu einmal vorbei. Und ich dachte, ich starte einfach unten und fange mit dem Gewinnspiel an. Also es gibt eine Art Gewinnspiel. Es ist kein wirkliches Gewinnspiel, aber das Buch wird verschickt. Ich habe mit Kathi darüber gesprochen und ich habe ihr das Buch ja mal geschenkt. Deswegen haben wir eigentlich jetzt beschlossen, das Buch wird nicht verschickt. Deswegen nehmen wir ein anderes. Wir nehmen Post-its-Book dafür. Also dieses Buch bleibt hier bei uns. Es ist einfach so eine Sache. Vorne steht auch noch eine Geburtstagswidmung drin und ja, deswegen bleibt das Buch bei uns. Und dieses Buch macht sich auf den Weg zu einem von euch. Es ist ähnlich. Es gibt viele Sachen zum Gestalten, zum Anmalen, zum Fotografieren. Und ich dachte, es passt ganz gut zu dem Thema Verschicken und Teilen, weil vorne steht ja auch drauf. Teile deine Kreativität. Das Ganze immer ja unter diesem Hashtag. Und ja, da dürft ihr euch dann oder eine oder einer von euch darf sich da was draus aussuchen und was damit machen. Was ist grundsätzlich komplett euch überlassen? Also es gibt wirklich viele, viele schöne Sachen hier. Man kann auch Sachen filmen, das Ganze online stellen. Natürlich nur, wenn ihr es möchtet und wenn ihr es natürlich auch dürft. Ist natürlich absolut keine Pflicht dabei. Ihr könnt was anmalen, ihr könnt was gestalten, was kleben. Vielleicht auch ringsherum um das Buch was gestalten. Ich starte hier, gehe über die Ecken des Buches hinaus. Auch total cool, total offen. Wirklich sehr, sehr schön das Buch. Und hier zum Beispiel meine Washi-Tape-Mauer. Die könnt ihr auch noch weiterbauen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt auch zwei oder drei Seiten machen, ganz wie ihr mögt. Und das Einzige, was ihr tun müsst, um dabei zu sein, um in den Lostopf zu kommen, ist hier unten in die Kommentare reinzuschreiben, warum das Buch zu euch kommen sollte. Was ihr damit machen würdet, was eure Idee ist, was ihr euch so vorstellt. Vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Begründung, noch gar keine richtige Idee, was ihr machen würdet. Sondern ihr sagt, ich möchte mich mit meinen zehn Freundinnen zusammensetzen und mit allen Kindern aus der Nachbarschaft. Und wir wollen alle was damit machen. Also irgendwelche coolen Ideen einfach unten reinschreiben. Dann seid ihr auf jeden Fall im Lostopf dabei. Und dann kommt das Buch vielleicht zu euch. Wie gesagt, ich starte erstmal damit, dass das Buch zu einem geschickt wird. Dann schaue ich mal weiter, wie das Ganze läuft. Ihr müsst das Buch natürlich auch zurückschicken, damit wir das wiederhaben und auch zeigen können. Das gehört ja zu der ganzen Sache dazu. Stand so in dem Kommentar mit drin. Also das Buch bleibt dann nicht bei euch. Ihr gestaltet eine Seite und schickt es uns dann zurück. Wir legen natürlich eine Karte mit unserer Adresse und allem dabei. Macht euch da überhaupt keine Sorgen. Also, wenn ihr teilnehmen möchtet, wenn ihr was in dem Buch machen möchtet, um es uns dann wieder zurückzuschicken, unten einfach in die Kommentare reinschreiben, was ihr machen würdet. Natürlich noch nicht mit eurer Adresse. Also bitte auf gar keinen Fall eure persönlichen Daten unten in die Kommentare direkt reinschreiben. Sondern das klären wir dann alles später privat ab. Also eure Adresse, unsere Adresse. Also einfach nur unten reinschreiben, warum ihr teilnehmen möchtet. Oder wenn ihr vielleicht schon eine coole Idee habt, auch die einfach unten reinschreiben. Und ja, dann seid ihr wie gesagt vielleicht dabei. Ich habe einmal noch kurz in den Kalender geschaut und die ganze Aktion läuft bis zum 1. März. Also bis zum 1. März, das ist der Mittwoch. Könnt ihr unten in die Kommentare hier unter das Video schreiben, ja, was ihr mit dem Buch anstellen würdet oder wie eure Pläne so aussehen würden. Oder einfach eine coole Begründung, warum das Buch zu euch kommen soll. Einfach unten reinschreiben. Und ja, dann kommt ganz bald danach ein Video, wo ich dann bekannt geben werde, zu wem das Buch dann kommen wird. Und die Person meldet sich dann bei uns. Okay, erkläre ich alles dann in dem Video nochmal ganz genau. Also jetzt erstmal einfach unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr Cooles machen möchtet. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die Idee, euch gefällt die Aktion. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles einfach auch unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch super. Oder klickt einfach unten auf die Glocke. Dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr. Und bis zum nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss!